Technik Nummer drei, Komplimentetechnik. Die ist überraschend, weil sie unerwartet ist für den anderen und es wird oft auch nicht damit gerechnet. Als Beispiel, wenn jemand sagt, das war ja völliger Humbug, dann können Sie sagen, das ist ja super, dass Sie so kritisch sind. Der Vorteil ist, jeder mag Komplimente zu hören und Sie können damit unangenehme, spannungsgeladene Situationen wieder auflösen. Wichtig ist, dass die Komplimente locker von den Lippen kommen und dass Sie sich nicht anmerken lassen, dass der andere sie getroffen hat. Und wieder gehört dazu Selbstbewusstsein. Und es gehört schon auch etwas Übung dazu, diese Aussagen spielerisch zu nehmen. Aber genau darum geht es, es auszuprobieren und spielerisch zu nehmen. Jetzt wieder Ihre Übung. Was würden Sie sagen? Jetzt wieder auf die gleiche Frage. Sie haben aber seit dem letzten Mal etwas zugenommen. Was würden Sie jetzt sagen mit der Komplimentetechnik? Ihre Antwort bitte. Ihre Antwort könnte mit der Komplimentetechnik folgendermaßen aussehen. Das ist schön, dass Ihnen das auffällt. Oder, andere Möglichkeit auch, super, dass Sie mir das so offen sagen. Hat das geklappt bei Ihnen? Haben Sie etwas Ähnliches gefunden? Wichtig ist, keine Rechtfertigung. Ja, leider, ich habe ja zugenommen. Nicht rechtfertigen. Schreiben Sie mir Ihre Beispiele in den Kommentar oder geben Sie mir einen Daumen hoch. Und laden Sie, vergessen Sie nicht, sich das PDF herunterzuladen, wo ich 20 Schlagfertigkeitstechniken für Sie zusammengefasst habe, auf www.magdableckmann.at slash sa60 Also, Sie containers. . . . . . Vielen Dank.